Warte jetzt nicht auf mir mehr lang. Lecker! So. Und sonst? Alles gut? Nein. Wie? Komm. Das sieht nicht aus. Boah, selbstgemachter Nudelsalat. Geil! Brut. Und Getränke. Und zum Nachtisch reintrauben. Schwül draußen. Schwül? Ja. Draußen ist wärmer wie hier drin. Wer ist das? Der Dünne. Oh, das ist sehr nett. Dankeschön. So. Setz dich auf. Mach dir jetzt mal zu trinken. Genau. So. Ja, Bauch. Du kannst jetzt sofort was. Hm. Achso, Papa muss ein Glas doch holen. Der braucht auch noch was zu trinken. Wollen wir dir mal was holen. Aber kriegst du ein Wasser? Ich hol's doch nicht so. Achso, ich dachte du wärst drüben. Willst du ein Wasser oder ein Bierchen? Oder eine Cola? Wasser kriegst du? Bring ich dir. Mach ich dir. So. Ja. So. Was ist da? Ja. Ich stell ihn mal um, bevor die runterfällt. Oh ja, da war einer großen Hunger. Ja. 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 Ja gut, das kann man nachvollziehen. Ja gut, das kann man nachvollziehen. Genau. Entspannung. Entspannung. Ach, das war für mich das ja nett. Vielen Dank. Na bitte. Ausnahmsläuße, wenn wir jetzt auf jeden Moment los sind. Mach ich jetzt sofort. Weil der Papa da. Ja tschüss. Guten. Oh hier, da hat einer wirklich großen Hunger. Ja. Ich auch. Hallo Freunde. Wir kommen hier zum Spruch des Tages. Wir haben eben festgestellt, dass die Gebrauchtwagen hier auch sehr teuer sind. Und ich habe den Vorschlag gemacht, wir könnten ja dann Mutters Auto in Zahlung geben. Papa meint, dafür kriegst du nicht viel. Familie, das Ding werde ich nicht im Internet erzählen. Und ich habe dann gesagt. Ja, da kannst du viel erzählen, wie du willst. Ja, Mama hat immer im Auto geraucht. Und da habe ich gesagt, ja das Auto ist doch gut im Schuss. Geräuschert für die Ewigkeit. Hast du gelacht? Nee. Schade. Ja. 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 Ja.